Hey, hey und herzlich willkommen hier auf Freiheitsleben. Ja, erstmal vielen Dank an alle da draußen, die mir ein paar gute Urlaubsgrüße geschickt haben. Und ich möchte mich natürlich auch an die vier Mitglieder im Mitgliederbereich hier bedanken. Und zwar an Mike und Elli, an Nina, an Peter und an Sebastian. Ganz liebe Grüße gehen an euch raus. Und natürlich, wenn ihr Lust habt, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Und ich habe heute ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Und zwar, ihr seht es schon im Hintergrund, es geht um die KI. Ja, wie komme ich denn überhaupt auf die KI und was habe ich denn überhaupt mit KI zu tun? Erst kürzlich war ich bei uns im IGA einkaufen und das ist ja jetzt so ein 24-7-Store, wo es einfach die SB-Terminals gibt, wo man selber einscannen kann etc. Und da stoßen die immer bei mir ein bisschen auf Widerstand, da ich ja mit Cash bezahle. Ja, und jedenfalls fand ich das total spannend und ich habe mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht. Als ich dann auf dem Weg zur Kasse gewesen bin, kam auf einmal ein Mitarbeiter, der mich sonst immer abkassiert und wollte mich ans SB-Terminal leiten. Ich habe ihn angelacht und habe gesagt, Mensch, ich finde es geil, dass du an deinem eigenen Stuhl sägst und vielleicht in naher Zukunft gar nicht mehr gebraucht wirst. Und davon bin ich mittlerweile felsenfest überzeugt, dass wir bald sehr viele Arbeitslose haben, nicht nur in Schweden, sondern auch überall in der westlichen Welt, da einfach, sage ich mal, alles durch Maschinen ausgetauscht wird. Maschinen sind austauschbar und wenn sie kaputt sind, dann müssen sie repariert werden. Also, falls jemand einen guten Job sucht, dann sollte er sich vielleicht darauf umschulen, KI-Programme zu schreiben oder eben solche Maschinen zu warten. Weil ich kann es mir auch vorstellen, dass es bald möglich ist, dass selbstfahrende LKWs den Laden eigenständig beliefern, dass Roboter die Regale ausstatten und dass man eben gar keinen Verkäufer mehr braucht, der eben einen abkassiert, weil alles vollautomatisiert läuft. Und dadurch, dass man ja mit der Bank-ID zum Beispiel hier beim ICA reingehen muss und so weiter, kann das auch super alles abgerechnet werden. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich heute mal ein Video zur KI, mit der ich mich auch schon eine ganze Weile befasse. Wie komme ich denn überhaupt zur KI hier als Freiheitslebender in Schweden? Ja, ich interessiere mich immer, was neue Entwicklungen angeht. Und es ist erschreckend, was möglich ist. Und ich gebe dir nachher auch noch den ein oder anderen Tipp mit, wie du dich vielleicht so ein bisschen selber vor der KI schützen kannst. Oder schützen solltest sogar. Aber ich bringe dir auch was mit. Und zwar, wie du die KI vielleicht für dich, für dein Business und für was auch immer nutzen kannst. Es ist teilweise beängstigend, aber auch natürlich total faszinierend, was man mit der KI machen kann. Und darum habe ich dir heute mal was mitgebracht, was du vielleicht für dich nutzen kannst. Vielleicht sagst du dir, du suchst irgendwie eine kleine Aufgabe für dich nebenbei, ein kleines Business zu starten. Und ich gehe davon aus, dass jeder, wer sich ein bisschen mit der KI befasst, sein Business, was er hat oder sein Hobby oder was auch immer, damit unterstützen kann, um viel, viel schneller an sein Ziel zu kommen. Erst kürzlich habe ich auch einen Bericht geschrieben auf freiheitsleben.de, wie ich TikTok einfach mal bespielt habe mit KI geschnittene Videos. Kannst du dir gerne mal anschauen. Ich packe den Link unten in die Infobox. Kannst du mal raufklicken und gucken, welche Zielgruppe dort tatsächlich zu finden ist, wovon ich überhaupt nicht ausgegangen bin. Also das ist wirklich Wahnsinn, was auf TikTok unterwegs ist. Wie gesagt, der Kanal, der läuft noch, aber ich bespiele den nicht mehr. Und ich werde den vermutlich so in den nächsten Monaten vielleicht auch irgendwann mal präsentieren, damit ich auch sagen kann, pass auf, da ist der Kanal. Aktuell halte ich mich damit noch ein bisschen zurück, denn ich möchte noch ein bisschen was rumtesten damit, um zu schauen, wie man sich den wieder zu Nutze machen kann. Also diesen TikTok-Account. Aber gehen wir mal jetzt auf ein kleines Szenario ein. Ich habe kürzlich mal darüber nachgedacht, über welches Thema könnte ich denn reden und dazu habe ich dann einfach mal ein paar Dinge aufgeschrieben und dabei kam raus, dass man zum Beispiel Krisen für eine berufliche oder auch eine unternehmerische Chance nehmen kann. Dann habe ich mal ein bisschen danach gegoogelt und habe einfach mal ein bisschen Inspiration gesammelt und dann habe ich mir so gedacht, ich werde diese ganze Sache mal über die KI generieren lassen und was dabei rausgekommen ist und der zeitliche Aufwand, der ist so, wenn ich jetzt das Video drehe, schneide und so weiter und so fort, dann habe ich wirklich so einen Aufwand. Also ich könnte theoretisch YouTube bespielen mit Videos, die eben eine KI generiert. Ja, was ist als erstes zu sagen? Als erstes wäre tatsächlich dort ChatGPT zu erwähnen. Das ist eigentlich, glaube ich, eins der bekanntesten Tools, die es ja gibt und ich habe jetzt hier mal angefangen und ich schreibe jetzt hier oben, hey, erstelle bitte nach folgendem Videoskript ein Video. Bitte generiere nur den visuellen Bereich und verwende keine Stimme. Ja, dann habe ich einfach vorher schon hier gesagt gehabt, dass die mir ein Videoskript erstellen. Und zwar, sei mal bitte, führe mal die Regie. Ich habe hier angegeben, hey, Shetty, so nenne ich sie ja liebevoll, sei Regisseur für einen YouTube-Kanal. Also ich habe erst mal angewiesen, was Shetty sein soll und dann habe ich durch die Webseiten, die ich mir angeschaut habe, hier eben so ein paar Notizen gemacht und hier eingetragen. Und rausgekommen ist dabei tatsächlich diese ganze Einleitung, also einfließender Übergang, dramatische Bilder, historische Krisen und so weiter und so fort. Also das hat Shetty für mich ausgearbeitet. Da war ich nicht ganz so zufrieden und habe gesagt, Mensch Shetty, jetzt kannst du mal ein bisschen, ein bisschen besser arbeiten. Ja, also wenn ich schon so viel Hirnschmalz rausballere, dann darfst du das auch. Und da habe ich gebeten, bitte detaillierter und ausführlicher. Mehr habe ich da nicht gemacht. Und dann ging es tatsächlich wirklich detaillierter und ausführlicher weiter. Also Microsoft in der Ölkrise, weil es geht ja um Krisennutzen für seine eigene unternehmerische Chance. Und dann kam eben diese ganze Sache raus, die ich dann kopiert habe und dann halt hier eben reingemacht habe, komplett kopiert habe, so dass eben dieses Video-Tool, und zwar ist es von Vite.io, ja, das benutze ich gleich auch noch, dieses Tool. Und dann hat er gesagt, okay, ich brauche aber eine Stimme. Das hat einfach so ein bisschen noch, da muss man ein bisschen mit spielen. Und dabei kam dann eben wirklich dieses Video komplett alleine erstellt von ChatGPT in Kombination mit Vite.io. Du findest den Link zu Vite.io auch in der Infobox drin. Und dann kam eben dieses Video raus. Das Video war halt einfach das, was ich dir gleich zeigen werde. Das Einzige, was ich dann noch verändert habe. Und das ist wirklich gruselig, ihr Lieben. Das ist gruselig. Und zwar habe ich meine eigene Stimme geklont und habe die dort mit eingebracht. Weil was hier rausgekommen ist, das war halt tatsächlich, sage ich mal, in Deutsch gesprochen mit einem englischen oder amerikanischen Slang. Und das hörte sich an wie Raw, Raw, als wenn ich gerade einen fetten Kaugummi im Mund habe. Und deshalb habe ich gesagt, nehme ich meine eigene Stimme, die ich schon für andere Dinge verwendet habe, zum Rumspielen und so weiter und so fort. Und das habe ich dann einfach mal eingegeben. Dazu komme ich gleich. Da gibt es nämlich ein anderes Tool für. So, das Ganze hat hier gedauert. Ich sage einfach mal, kürzer, als ich das Video jetzt hier aufnehme. Wir sind jetzt bei circa 10 Minuten. Und ich denke mal, im Großen und Ganzen waren es 5 bis 7, 8 Minuten. Dann war die ganze Sache hier durch. Das heißt, innerhalb von 8 Minuten habe ich bis hier unten alles fertig gemacht gehabt. Oder hat Chatty alles fertig gehabt. Gut, dann wurde das Video kreiert, automatisiert, weil ich mit beiden verknüpft bin. Und dann kam eben diese ganze Sache hier unten raus. Also, ich kann dir auch mal kurz einspielen. Wie gesagt, ich habe ja hier noch meine Stimme verwendet. Aber das kam eben dabei raus. Also, ich mache jetzt mal nur einen kleinen Einspieler. Wenn du das ganze Video sehen möchtest, das lege ich in den Mitgliederbereich rein. Dann kannst du es dir dort anschauen. Zeichnen sich durch besondere Resilienz und Anpassungsfähigkeit aus. Diese Stärken sind ein solides Fundament für langfristigen Erfolg und Expansion, selbst in stabileren Zeiten. Die Geschichte lehrt uns, dass Krisenzeiten zwar von Unsicherheit geprägt sind, aber auch unglaubliche Chancen bieten. Für die mutigen, die visionären Unternehmer unter uns ist jetzt der Moment zu handeln. Nutzen Sie die einzigartigen Möglichkeiten dieser Zeit. Ist das gruselig, ihr Lieben? Ist das gruselig? Also, meine eigene Stimme, sich selbst anzuhören und das von einer KI gesprochen. Und zwar nennt sich diese KI 11labs.io. Hier habe ich diesen ganzen Text drin. Und du siehst, wir haben hier hinten schon viele andere Sachen mitgemacht, einfach mal um zu testen. Und das ist tatsächlich, sage ich mal, diese Gruseligkeit. Da musste ich meine Stimme aus alten Videos nur hochladen und die KI hat das daraus kreiert. Da muss man noch ein bisschen rumstellen. Da gibt es noch ein paar Dinge, die man, sage ich mal, ein bisschen feiner machen kann und ein bisschen verändern kann. Ich höre mich da an, als wäre ich die ganze Zeit Hochdeutsch rede. Vollkommen egal im Grundsatz, weil ich einfach mit meiner eigenen Stimme hier mich klonen kann. Ja, und das ist, wie ich vorhin schon sagte, auch wieder beängstigend. Wahnsinn! Und wisst ihr was? Da kommt kein Am und kein Räuspern und kein Husten und man muss nicht schneiden und so weiter und so fort mit dazu. Sondern man kann einfach den Text reinmachen und die KI macht alles selbst. Ja, ich packe die ganzen Links davon rein. Aber, und das ist mir dabei eingefallen, als ich mich mit diesem Tool befasst habe, mit diesem Sprachtool. Jetzt stell dir einfach vor, du bekommst auf einmal einen Anruf. Und du hörst deine Frau, deinen Mann, wen auch immer, deine Kinder und die reden mit dir. Aber auf Basis von der Generierung durch solche Sprachtools. Deshalb gebe ich dir einen wichtigen Tipp mit oder euch allen, weil das ist nicht nur für dich wichtig, sondern auch für deine ganze Familie. Legt euch einen Safe-Satz an, den nur ihr wisst. Ja, also der nirgendwo irgendwie geschrieben steht oder sonst was, den deine Kinder wissen, deine Eltern wissen, deine Uroma und wer auch immer. Diesen Safe-Satz. Ich glaube, das wird in Zukunft unwahrscheinlich wichtig. Weil stell dir vor, du bekommst auf einmal einen Anruf von deiner Frau und dort wird gesagt, Mensch Schatz, ich stehe hier gerade und habe einen Unfall gebaut und der Typ lässt mich fahren, wenn du 500 Euro ihn sofort überweist dort und dorthin. Kann alles passieren, ihr Lieben. Ja, und ich gehe immer vom bisschen Schlimmsten aus bei solchen Dingen. Und deshalb ist es für mich arg wichtig, einen Safe-Satz zu haben. Ich sage euch jetzt nicht unseren, denn wir haben auch einen Safe-Satz, den eigentlich mal alle im Umkreis so wissen, die uns wichtig sind. Und genau das sollte bei euch genau das Gleiche passieren, damit ihr so einen Safe-Satz habt. Ja, und gerade in diesem Moment habe ich jetzt hier gerade noch wirklich ein Video gesehen, um euch noch mal zu zeigen, was mittlerweile möglich ist. Ich gucke mal, ob ich es hier anmachen kann. Da. Ja, das wollte ich euch damit noch mal zeigen, was mittlerweile möglich ist. Es sind sogar sozusagen, man kann die Gesichter tauschen von den Leuten, man kann damit Videos machen und die werden dann online hingestellt. Hier die junge Dame, sie, ich weiß gar nicht, woher sie kommt, keine Ahnung, aber ihr Gesicht wird auf verschiedenen Social-Media-Profilen verwendet, wo sie perfekt Mandarin spricht und auch auf dem russischen Markt, im russischen Content soll es sie auch geben. Also es gibt unzählige Fake-Accounts von ihr selbst, weil sie vermutlich eine kleine Influencerin ist oder Sonstiges. Ich weiß es nicht, ich kannte sie vorher nicht, aber das finde ich halt erschreckend, was mittlerweile alles möglich ist. Deshalb achtet bitte vielleicht im Privaten so ein bisschen drauf, mit wem ihr über gewisse Dinge redet und wen ihr vielleicht eure Daten sendet. Und ich hoffe, dass du vielleicht das ein oder andere mitnehmen konntest für dein Business oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch einfach nur die Information des Schutzes. Dann hat sich das Video schon wieder richtig gelohnt. So, in dem Sinne bleibt mir nur noch eins zu sagen, seid und bleibt freiheitsliebend und leben. Bis dahin. Ciao, ciao.